Herzlich willkommen Leute, in einer 3 gegen 3 Partie in 3D-Ball! Ball 3D! Ball 3D! Ball 3D! Ball 3D! Mit TauTau, Kunza, Mammus, gegen Mario, McFly und mich. Und es ist heute ein relativ slyptisches Spiel. Also man kann den Ball schießen, leicht feste... Oh, wow! Jetzt fange ich Rocket League-Tricks an. Wir müssen auch passen vielleicht. Man kann ja auch schon zusammenspielen. Manus ist raus. Nein, nein, nein. Manus, er hat schwallt, obwohl noch niemand. Ich hab heute dritten. Die Zuschauer sind mir zu laut. Wegen geblieben vor allem. Ich steh, ich steh Mitte. Oh, der ist uns. Das ist unser. Das ist nicht. Achso, doch. Ich bin überhaupt nicht im Team. Ach, Kunt312. Tauto, gut gerettet. Ich halte die auf hier. Und jetzt rück. Was macht ihr denn? Ach, nix. Geh du hin. Geh du hin. Achtung, den schieß ich weg. Ah, lauber nicht. Ich hab ihn nicht. Ui. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Der war knapp. Ruck, ruck, ruck. Sehr schön. Kommt rein, du musst rennen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, ja. Nicht nervös werden jetzt. Ah, Lupa. Den wollte ich mir übern Kopf legen. Schön, schön, schön. Schwer da auch. Liege Flanke hier. Oh, der hängt uns vor. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Neues Aufbauspiel. Oh, das gibt's nicht. Neues Aufbauspiel. Wir müssen anstoßen. Wir sind nur bis zum Mittelkreis. Oh, direkt? Der macht ja direkt von der Mittellinie. Das ist so ein Quatsch, das ist so dumm. Rocket League kein Einfacher. Man kann noch 16 gegen 16 auf dem großen Platz spielen. Ein Tor! Ja, eindeutig mein Tor. Eindeutig mein Tor. Tor, Tor! Okay, okay, pass. Maru spielen mir rüber, die können hier nicht rein. Maru spielen mir rüber. Leicht, ganz leicht nur. Oh Leute! Ganz leicht. Gut abgelenkt. Der kommt noch mal zurück. Oh, oh, hau weg und rein. Schön, 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 schön. Keine billigen Tricks hier. Max, Max schießt Automatisch. Los Leute! Ich schieß einfach aufs nächste Tor, das kann ich nichts für. Der kommt doch nicht dran. Doch, da ist er dran. Hast du Kun dran, schönes Ding. Hat er nicht, hat er nicht. Ja, ja. Oh, oh. Oh, oh. Mau gehen wir davor. Die geht knapp knapp knapp. Hau weg die Pille. Sehr gut, sehr gut. Achtung. Ich dribble schon mal. Achtung. Nein, im Dribbel ist der irgendwo hin. Sehr schön. Oh, 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 oh. Hey, ich blogge ihn, ich blogge ihn, ich blogge ihn. Ich kann hier ein bisschen blocken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 no. Das macht Barry amor. Let's goacakbrar riverafton um weg ins Glocke. Er ist hier mit dem Kopf von seinem Weg distintos. Neues, anhalt Points, nach dem Rež gensetoren. Sehr gut. 돌아gar abra will er dazu keller ein paar Jahre her tools. Er ist und ich mache her nichts für Nejur. , als er leer wird, will er ja auch Carmen Guddase. Nein! Über den Kopf! Über den Kopf! Das ist ja wohl ein Scherz. Ist mir da draußen? Ach man. Achtung! Aufbauen, aufbauen! Mauer! Mauer, Mauer! Achterkette! Einer muss da am Tor bleiben. Oh die, okay. Oh die, schlecht! Schönes Halbfußball hier. Max, du hast Zeit! Du hast eine Zeit der Welt! Nee! Keine Zeit! Keine Zeit! Und 10 Minuten! Ich dränge nicht! Ich kämpfe auf Mitte! Muss ich ja verteidigen jetzt. Oh Gott, ich kann das ja nicht. Aufwinder, Malus! Deiner! Geh weg, Malus! Ich weiß nicht, aber irgendwie ist es leider immer nur so komisch. Du darfst nicht Shift gedrückt halten, dann hast du einen Lupf. Ah, da hast du auch wieder Rest. Los, Aldo! Oh, der Waffe! Haben sie abgefangen. Das war mit Trunkbande! Freunde! Los, Maxi! Voll rein! Rein, Amonus! Ja, hab ich, hab ich! Okay, okay, okay! Dann hab ich! Ich kram ihn weg in die Mitte! Seitdem ich das mit dem Shift war, ist es alles cool! Ich kram ihn weg! Oh, der sieht gut aus! 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 Der war gut, der war nicht schlecht! Der war gut, der war nicht schlecht! Rückspiel zum Tor, was? Ich muss rein! Ich geh an! Geh du hin, geh du hin! Okay! Oh! Oh! Gefährlich! Gefährlich! Hinter! Nein! 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 Wenn der Ball hüpft, ist das so schwer! Ganz gefährlich! Ganz gefährlich! Das Eckspiel! Ganz gefährlich! Das Eckspiel! Das war grad so Eishockey-mäßig! Oh, shit! Schön! Bitte! Oh, oh, oh! Oh, oh! McFly, wenn der... Der wird... Der wird trifft! Nein! Oh! 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 Ausgetribbelt! Das ist das Ärgerlich! Ach, Mann! Hochsprung! Leute, ihr geht in die Mitte! Okay! Schön blocken! Den macht ihr! Oh! Oh! Der... What? Der wollte mal direkt! Ja, kannst du anschlippen mit ihm! Ah! Oh, komm, dann kommt! Oh, der war nicht so! Der war nicht so! Der war nicht so! Deiner, Manus! Na, ich... Der Schwurm! Die wollen hier schon wieder das Mittellinien-Spiel machen! Was? Aber man kann echt Geld für Accessoires ausgeben! Man kann echt Geld für Accessoires ausgeben! Man kann echt Geld für Verrücken oder was? Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Das ist so! Jawohl! Schön gemacht! Deiner, Manus! Ich versuch's! Manus, kommt ran! Noch vorne! Ja, nochmal! Ja, aber ich habe, wer steht! Komm, Ab der, Ab der! Ja, Tautor! Ich geh ins Tor! Ich geh rein! Das ist nämlich lustig, man kann von dannen abspringen! Oh, Kun dran! Schöner! Schöner! Schöner Doppel-Wopper! 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 Oh! Oh Gott! Oh, das macht nie! Jawohl, Kun dran! Jetzt bist du vor Ort! Hallo, komm mit dir! Oh! Da ist du, Talu! Easy! Du brauchst dich jetzt nicht am Manus reiben, Talu! Okay, geht ihr wieder hin! Das kriegt aber Glück! Oh, ihr macht das! Am Manus reiben bringt Glück? Ihr macht das! Ab in die Ecke! Hab ich! Das ging schief! Knupfer! Oh! Ja! Oh! 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 Alter! Das gibt's nicht! Ich hab' den fast noch gehabt! Ja! Das war richtig gut! Wumma! 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 Warum schnippelst denn du den immer so an? Verstehe ich auch nicht! Ich würde perfekt! Ich kann jetzt mal mit dem Tor machen! Ganz einfach! Ja! Ich hab' den mit dem angeschnippelt! Oh! Ja! Hab' ich! Erstmal klären zur Seite! Ich dreh mir noch weiter! Ja! Los jetzt! Wir müssen mal ein Gegentor machen hier Leute! Sonst wär' das nichts! Malos! 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 Ich werde abgefüffelt. Nächste Jahr im Mecker. Das war's. Ach, ist ja nicht normal. Ernsthaft jetzt? Es war so knapp. Ball 3D. Ball 3D. Das neue Spiel des Jahres. Da waren einige schöne Sachen dabei. Leute, wir werden noch ein Part machen. Wir werden die Teams wieder mischen. Wenn es euch gefallen hat, dieses kleine Just-for-Fun-Video, lasst gerne ein Like dann schon bei den anderen Fußball-Probis vorbei. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschau. Tschüss.